Ich lerne Deutsch. Nummer 4954 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin aufgefallen. Meine Chefin fand mich schlafend an meinem Arbeitsplatz. Ich bin aufgefallen. Meine Chefin fand mich schlafend an meinem Arbeitsplatz. Wir haben alles vorbereitet. Morgen wird die neue Filiale eröffnet. Wir haben alles vorbereitet. Morgen wird die neue Filiale eröffnet. Wir haben alles vorbereitet. Morgen wird die neue Filiale eröffnet. Bevor ich Obst und Gemüse kaufe, schaue ich auf Qualität und Frische. Für unsere Baufinanzierung fehlt uns nur noch eine kleine Summe Eigenkapital. Ohne dieses Geld schaffen wir es nicht. Willst du diese Berechnungen noch einmal überprüfen? Willst du diese Berechnungen noch einmal überprüfen? Kommst du mit? Der Autor liest aus seinem neuen Buch. Kommst du mit? Der Autor liest aus seinem neuen Buch. Der Standesbeamte berät Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Personenstandsrechts. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. Kannst du die Taschen mitnehmen? Ich habe noch mehr davon im Auto. Kannst du die Taschen mitnehmen? Kannst du die Taschen mitnehmen? Ich habe noch mehr davon im Auto. Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken. Auch das Neubaugebiet ist hier zu sehen. Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken. Auch das Neubaugebiet ist hier zu sehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Aber auch das Neubaugebiet ist hier zum Track. Und wenn das Neubaugebiet ist,